... die Höln anzutreffen sind. Hier sehen wir schon drei Abgeister. Die nächsten Einheimischen aus Rampen. 1963. Sie sind gegründet worden. Ihr Motto Eisszeit. Sie widerspiegeln sich auch in den Farben von Ihren Kostümen. Schöner Blautöne gehalten. Sie organisieren mit dem Fussballclub von Ramsen zusammen die Ramsenmer Fasnacht am kommenden Wochenende. Sie haben bereits am Ski-Weltcup in Wenger gespielt. Und auch in Grand Montana. Sie waren schon mit dabei. Ja, alle achtig. Ich habe vorher gesagt, dass es Gruppen gibt, die eigene Gars haben, die von Allas zu Allas reisen. Und es ist unheimlich das Engagement, das die Leute erbringen. Dort hinten sehen wir schon die nächste Wagengruppe von der Fauma Maartalen. Ihren Schlechtruf. Wir sind Fauma. Wir sind wunderbar. 1928 sind sie gegründet worden. Hier nochmal drei Abgeister. Mit ihrem Geistchen vorne drauf. Oder Weisbär hätte ich jetzt fast gesehen. Die Interpretation ist freier Raum. G. Und auch die Fauma aus Maartalen. Da haben sie Konfetti mit dabei in Blau gehalten. Es wird nicht gespart mit Konfetti. Nein, definitiv nicht. Aber es werden auch Rosen verteilt. Das habe ich dort gerade gesehen. Also nicht nur Konfetti, sondern auch Rosen. Schön. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Vielleicht mal eine andere Variante, oder? Mal ein bisschen schamanteren. Ja. Entspricht nicht ganz der Jahreszeit. Dann geht es. Zollung. Die haben jetzt auf Köpfe verzichtet und machen es jetzt eben mit der professionellen Schmincke. Das ist meistens gegenseitig, weil alleine schminken ist unheimlich schwierig. Das heisst, dass man gegenseitig schminkt, wenn der Raffenskopf kommt. Also wunderbare Klänge der Reihe an die Geister. Hier sehen wir jetzt die Faume am Aartalen. Genau, ein schöner Wagen mit dabei. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was da oben drauf ist. Irgendein Erdnüsli sieht doch aus. Oder was ist das? Das Chateau. Irgendetwas mit Flügel. Ah, das ist ein Flügel. Das ist ein Flügel, ja. Ich glaube auch, das hat wahrscheinlich auch etwas mit den Traubenflügen zu tun. Genau. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das Essigflügen kommt vorbei. Wir haben den besten Wein. Und lässt den besten Wein essig sein. Bei der nächsten Gucke sind wir schöner angelangt. Das steht unter 8. Preis. Kellerratten. Und die Nebels. Die sind also auch sehr weit angereist. Ja. Radioaktiv ist Ihr Motto. Nicht atomare Strahlung, sondern ein...